Ich war immer interessiert an Themen rund um Gott, sei es in der Bibelstunde, sei es das Vaterunser abends zu beten, aber dennoch war Gott immer innerlich gefühlt fern. Durch meine Mutter bin ich zum Bruno Gröning Freundeskreis gekommen und habe dort erlebt und mich überzeugt, dass es stimmt, dass Bruno Gröning uns diese wahre Verbindung wiedergeben kann. Dann habe ich auf einmal diese göttliche Kraft im Körper gespült beim Einstellen und auf einmal war Gott ganz nah, er war in mir, ich war im Dialog mit ihm und auf einmal ist dieses ferne Gotterleben ein alltägliches, nahes Gotterleben geworden. Und das ist für mich das Allerkostbarste und deswegen wünsche ich mir diesen Weg immer bis zum Ende meines Lebens zu gehen, weil es einfach das Schönste ist, mit Gott jeden Tag zu erleben. Und das ist einfach das Schönste ist, mit Gott um das Tod.